So, Troix, bist du bereit? Ich bin bereit geboren. Hast du dein geiles Sixpack schon eingeölt? Nicht nur das. So meine Freunde, willkommen zur ersten Folge von DPL Ölt ein. Heute mit Troix LP. Hallo meine öligen Boys. Oh Gott. Alter, wir sind so dumm. Wir sind so dumm. Wieder einen neuen Booster und wir hatten im ersten Video keine EX-Karte. Wir hoffen, dass wir das selbst wenigstens schaffen, denn wir wollen dieses Pokémon, Lucario. Ich komme jetzt zu einmal. Lucario, ne? Cool? Radio cool. Lucario cool, ne? Ich finde es irgendwie schade, dass das mega wirklich im Übo ist. Das ist echt, ja. Weil vom Design her ist das einfach bloß geil. So ein mega Pilzmantel bekommen. Ja, aber ich finde es auch vom Design her. Allgemein, Lucario fand ich schon immer cool. Und vom Design her finde ich mega Lucario, aber es ist awesome. Scheiße, dass es so stark ist. Und? Ja. Oh, hallo, liebe Lera. Besser als Zapdos, ne? Jedes Pokémon ist besser als Zapdos. Beziehungsweise bei mir. Ich will mich jetzt nicht über Zapdos beschweren, aber... Meins ist eben so ein Ex-Magnet. Oder Underbox. Hm, schade. So. Buchtest du nochmal zwei? Wird gemobbt hier? Nein, wusste nicht. Kann jeden passen. Ich würde das genauso aufregen, wenn halt mein Traugoran immer eingefroren werden würde oder so ein Käse. Wäre halt genau sowas. Neuwirn ist auch ein cooles Pokémon. Also Neuwirn ist deutscher Name scheiße. Ganz eindeutig. Ich wollte es gerade sagen. Was haben die da geraucht? Aber als Pokémon und als Design in Gen 6 fand ich es richtig cool. Muss ich sagen. Also das fand ich cool. Oh ja. Bloß dann, der Name ist... Und vor allem mit Fähigkeit hier Schwebeldurch kannst du halt die Ligatoren umgehen. Das ist halt Specs Neuwirn mit Luftschnitt. Ach, tut weh. Oder Drop a Draco mit Specs. Stimmt's. Kann halt böse, böse sein. Oh, mit Schnüffel ist das auch ganz cool. Ja, du wirst auf alle Fälle, was das für ein Item hat. Das Pokémon ist inzwischen schlecht. Hariyama. Haben wir jetzt schon drei Booster in dem Video aufgemacht und immer noch keine E-Exkorten. Was ist denn heute los? Die packen wir jetzt ein und schicken sie zurück. Die sind kaputt. Ja. Bei Nintendo beschwerden die Leute, eure Booster sind kaputt. Wir haben einfach keine E-Exkorten dabei. Was soll der Scheiß? Oh, Evoli. DPL Team Season 2 Beemon Evolution Confirm. Ich weiß bloß nicht welche. Um den kommt nicht rein. Kein Nachtharr. Einfach wegen seiner Runkel nach Tara. Schlimme Erfahrung. Der Schaudern-Kampf gegen dich. Oh ja, stimmt. Nicht schön. Nicht schön. Stimmt, der Tara ist böse. Ah, wahrscheinlich nach Tara werden wir mal gucken. Nein. Ich meine natürlich Flammara. Flammara. Nee. Obwohl, Flammara geht auch ganz gut ab mit Flammblitz. Das ist heftig. Unterschätzt das, meine ich. Allein der Ruck-Zuck-Hieb mit Adrenalin. Ja, das tut unbändlichst weh. Ähm, was war, Quapo war alles, oder? Quapo jetzt, äh, aber immer noch keine E-Ex. Ja, die kommt jetzt. Später. Aber wir haben Minun und Puzzle eben Booster gezogen, ne? Ey, das ist Kameradschaft. Komm schon, komm schon, nächstes Booster. Ey, lass uns doch einfach die PS Season 2 als Signature-Pokémon Minun und Puzzle nehmen. Ach, das wär cool. Ich würd's fallen, aber ich würde damit keinen Blutopf gewinnen, ohne Spaß. Nee, wenn dann im Tag-Team, wenn das wirklich so zustande kommt. Das wär episch, ne? Das wär richtig episch. Da, da, glaub ich, kommt's noch besser. So, Booster Nummer 6. Komm, jetzt mal, bitte. Komm, wir sind zwei seltener. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Lasseigen, das ist schon mal nicht schlecht. Komm. Oh. Reverse Holo Demeteros. Ich sag mal nix dazu. Zwei Über-Pokémon, ne? Zwei Über-Pokémon ziehen wir als Beispiel. Okay, ein E-Ex. Was soll denn das? Aber jetzt, jetzt. Komm, go, go, go. Und? Hi. Hi, Lethalking. Nicht E-Ex. Schade. Aber, Lethalking. Die Armbewegung wär schon okay. Lethalking ist halt... Ja. Aber, Lethalking, E-Ex, ne? Der halt schon nice. Oder, Mega Lethalking. Mega Lethalking. Ja, endlich mal die blöde Fähigkeit weg. Die hättest du denn immer noch? Niemals. Das wird dann gärtenschlank. Komm, 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 go, 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 komm. Dieser 10 hier. Als Holo. Hatten wir zwar noch nicht, aber trotzdem. Komm. Ich guck nicht hin. Ich hab hingeguckt. Es kann nicht sein. Es kann einfach nicht sein. Oh. Ich fahre jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also, einen haben wir noch. Die Chance ist noch da. Komm. Komm schon. Komm schon. Und. Und. Boah. Es kann nicht sein. Maschok ölt sich ein. Ganz links. Ja, Führersahler ganz rechts. Und warum, Alter, nicht? Ja, machen wir, ölt sich ein. Schlobleck. Ich rede jetzt nicht weiter. Was könnt ihr euch jetzt denken? Nagelotz läuft schon davon. Mund hier feiert. Guckt an und nagelotz spannend. Was dann passiert ist, bitte als Geschichte in die Kommentare. Das war's von mir. Troiks schmeißt euch raus. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao.